Das nächste Türchen unseres Adventskalenders beinhaltet einen kleinen, aber feinen Küchenhelfer. Ich würde sagen, diesen kann nun wirklich jede oder jeder gebrauchen, gerade zur Weihnachtszeit, wenn so viele Festessen anstehen. Unser Werbepartner Genius stellt folgenden Gewinn zur Verfügung. Den Nicer Dicer Twist, achtteilig in grün. Dieser ist ideal zur Vor- und Zubereitung von Suppen, Soßen und Dips. Zum Zerkleinern von Zwiebeln, Kräutern, hartem und weichem Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch, zum Rühren von Desserts und Cremes und zum Trockenschleudern von Beeren, Kräutern und vielem mehr. Mit diesem Set hat man eine enorme Arbeitserleichterung in der Küche. Um diesen Gewinn zu ergattern, müssen Sie einfach an unserem Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen, indem Sie unsere Webseite über folgenden Link besuchen. www.annixerhd.tv slash gewinnspiel oder mir auf Facebook eine PM schicken. Bestätigen Sie unsere Gewinnspielbedingungen und schon sind Sie im Lostopf. Annixer wünscht viel Erfolg. Für weitere nützliche Geschenkideen stöbern Sie doch einfach mal auf www.genius.tv Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020